Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Der Becherwurf von Bochum am Freitagabend hat ja einmal mehr Debatten über das Verhalten von Zuschauern in Stadien heraufbeschworen, denn da hatte ja ein Anhänger seinem Bärbecher aufs Spielfeld geworfen und dabei Lienenrichter Christian Gittelmann am Kopf getroffen. All das ist natürlich erstmal nicht wirklich wichtig für einen Schalke, was da vorgefallen ist, ob jetzt Bochum mit der Spielwertung Probleme bekommt, eine Geldstrafe, es gibt vielleicht sogar Geisterspiele. Aber leider war der Vorfall nicht der einzige am Freitagabend, besser gesagt am ganzen Wochenende, denn gerade mal oder nicht einmal 24 Stunden später kam es bei unserem Heimsieg zu einer ähnlichen Szene. Auch hier flog nämlich ein Bärbecher in Richtung des Spielfeldes, der nur ganz knapp Sebastian Stolze, Hannovers Flügelspieler, verfehlt hat und der hat auch kein großes Ding daraus gemacht. Stolze sagte nämlich selber, er hat das natürlich mitbekommen, dass er fast vom Bärbecher getroffen wurde, er wollte aber bewusst auch keine Diskussion anzetteln und das Spiel weiterspielen, deswegen da nochmal riesen Respekt an Stolze. Andere hätten da eine riesen Story rausgemacht, wodurch wir Schalker wieder Probleme bekommen hätten und Schalke sagte gegenüber der Watz, es gab in der Schlussphase der Partie gegen Hannover 96 ein Becherwurf von der Tribüne. Der Täter konnte glücklicherweise schnell ermittelt werden, denn auch einige Schalke-Fans und uns haben blitzschnell reagiert und den Täter eben mit ausfindig gemacht und auch durchaus negativ gesehen, was der da gemacht hat, denn das ist natürlich schon wirklich Wahnsinn. Also so ein Idiot, der das auch immer war, gehört auch nicht ins Stadion rein. Generell war es schon in den letzten Wochen bei uns auf Schalke so, dass es immer wieder Durchsagen gab von unserem Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann, eben dass man das nicht machen soll. Auch da wurde der Täter sozusagen auch spezifisch angesprochen und Schalke will in den nächsten Tagen klären, welche Konsequenzen es da geben wird, weil sowas ist schon wirklich Wahnsinn, erst recht nach dem Vorfall am Freitagabend. Eure Meinung dazu? Geht mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.